Sehr viele Menschen verstehen nicht, wie Emotionen entstehen, verstehen nicht, wie ihr Gehirn funktioniert, verstehen nicht, wie ihr Körper funktioniert. Deswegen sind sehr viele Leute übergewichtig, können nicht abnehmen, weil sie nicht genau verstehen. Das ist wirklich wie eine neue Sprache zu lernen. Und es ist die Sprache deines eigenen Gehirns zu verstehen. Und plötzlich kannst du dann in Situationen, wo du denkst, logischerweise, weiß ich, ich sollte keine Angst haben, logischerweise sag ich, ich sollte das tun, aber emotional stehst du dir im Weg. Wie ist diese Emotion entstanden? Woher kommt sie? Du kreierst sie selbst. Aber solange du dich als Opfer siehst von etwas und deine Identität ist, ich bin einfach schüchtern oder ich bin nicht der Strukturierte oder ich bin nicht so klar, das ist schwierig für mich. Und du das schon sagst, dann wirst du immer wieder Bestätigungen dafür finden. Deswegen ist es so wichtig, als allererstes diese ganzen Bewertungen erstmal wegzunehmen und ganz neu und ganz frisch auf Situationen zu gucken und sich bewusst zu werden, wenn diese Momente kommen, wo wir unsere Glaubenssätze einfach auf etwas projizieren und glauben, das ist die Realität. Die Realität gibt es nicht. Die Realität ist immer abhängig von deiner Identität und deswegen ist es wichtig, wenn du Leute hast, die Ergebnisse haben, die du haben willst, zu verstehen, wie denken diese Menschen? Wie gucken diese Menschen auf diese Situation? Nicht nur, was tun sie? Dieser Mensch, der sich traut, eine Person anzusprechen, manchmal, er hat nicht diese Angst, die er überwindet. Er sieht die Situation ganz anders als du und deswegen handelt er anders. Und du denkst, er überwindet sich, weil du gar nicht verstehst, wie die innere Welt funktioniert. Und plötzlich, wenn man aus einem anderen Winkel ist, oft, wenn man zum Beispiel mit jemandem redet und jemand sagt, sieh das doch immer mal von der Seite. Plötzlich änderst du den Blickwinkel und merkst so, so habe ich das noch nie gesehen. Und wir nutzen oft diese Worte, aber das sagt sehr viel, so habe ich das noch nie gesehen. Das heißt, wie ich es sehe, basiert auf meinem Blickwinkel. Manchmal kann ich aus dieser Perspektive, hier ist dein Bein, ich sehe gar nicht das, was dahinter ist. Aber wenn ich so mache, ah, jetzt kann ich das sehen. Das war schon immer da. Nichts hat sich verändert, aber mein Blickwinkel hat sich geändert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich lernen für uns selbst, aus unserer jetzigen Identität, der wir glauben zu sein, was wir glauben zu können, nicht zu können, rausgehen, um dann etwas Neues zu kreieren und nicht als dieses alte Ich, als dieses limitierte Ich, versuchen etwas Neues zu tun. Denn ich komme dann immer wieder, eigentlich bin ich nicht der Typ, aber ich probiere es mal. Aber eigentlich bin ich das nicht und komme immer wieder zurück. Ich komme dann immer wieder zurück.